Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum ersten literarischen Treffpunkt im Jahr 2018. Erlauben Sie mir gleich Ihnen alles, alles Gute für das neue Jahr zu wünschen, vor allem Gesundheit, Pro-Sid-2018 und viele vergnügliche Lesestunden mit unseren ach so geliebten Büchern. Fanny Prankl ist angekündigt am 25. Januar zu lesen aus ihrem Roman Der letzte Tanz. Böse, mystisch, leidenschaftlich. Wir haben uns alle schon darauf gefreut. Leider ist Frau Prankl im Moment derart mit ihrem neuen Roman beschäftigt, dass sie selbst nicht lesen kann. Sie hat mich gebeten, für Sie einzuspringen und das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich werde am 25. Fanny Prankl, Der letzte Tanz, einige Auszüge lesen. Und des Weiteren habe ich mir gedacht, wir beginnen durch das neue Jahr auch etwas lustig. Und ich habe mir da auch schon einiges zusammengesucht, dass das neue Jahr lustig angeht und ich Ihnen in einer Lesung lustige Geschichten vortrage, die aber auch einen gewissen Hintergrund haben. Meine Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zur Lesung am 25. Januar in die Bücherecke Balearti kämen. Fanny Prankl, Der letzte Tanz und lustiges zum Neujahrsbeginn. Auf Wiedersehen.